Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Versuch. Ich wollte eigentlich nur beichten, dass ich bis Donnerstag mein Ziel von 88 Euro nicht schaffe. Und zwar hatte ich zwei Tage lang nicht den Kopf dafür gehabt. Ich habe also wirklich zwei Tage lang gefressen. Frustfressen nennt man das. Das bedeutet nicht, dass das System von Sascha nicht funktioniert. Ich hätte da auf andere Sachen zurückgreifen können. Aber ich hatte den Willen einfach nicht gehabt. Also vielen Dank nochmal für die Leute, die mich immer in den Kommentaren so motivieren und stärken. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Seit heute läuft es wieder richtig gut. Aber die zwei Tage haben mich dann wieder wirklich runtergezogen. Donnerstag werde ich mich trotzdem wiegen und euch das zeigen. Samstag war auch noch gut gewesen, das blende ich mal ein. Aus Frust kaufen wir jetzt eine Horrorfilm. Oh, hey, hey, tut mir leid. Ich bin mir leid. Vielen Dank. Vielen Dank.